Welche biblische Gestalt, na bitte, betörte den Holofernes mit ihrer Schönheit und schlug ihm dann in der Nacht den Kopf, habe ich kenne solche. A. Elisabeth, B. Judith oder C. Ruth. Ja, wir haben tolle Freunde, die haben wir jetzt schon länger mitbekommen. Ich kannte mal eine Elisabeth, Herr Klussmann. Naja, komm, lass mir was. Hör's raus. Was sagt der Jäger? Seit dem großartigen Hit, What Does a Fox Say, kenne ich mich sehr gut mit Füchsen aus. Was ist denn in Ranz? Wollen Sie den nicht mal anstimmen? Was ist denn in Ranz? Das ist die Ranz des Fuchses. Herr Klussmann, da lasse ich Sie jetzt nicht weg. Was ist denn in Ranz sein, Herr Klussmann? Ich sage Ihnen nur, wenn Sie den Song anstimmen. Welchen denn jetzt? What Does a Fox Say. Kenn ich nicht. Dann lernen Sie den. Bis zum nächsten Mal. Hausaufgabe. Und wenn ich dann singe, werde ich auch wieder beleidigt. Du kannst ihn ja auch nicht recht machen. Der gehört zur Liste. Go tell it on the mountain. Over the fields and everywhere. Reicht das? Ranz. Natürlich Kartoffeln hier. Wenn der Fuchs drei Monate in dieser Ranz ist, Herr Klussmann, was macht er denn da, die drei Monate? Was meinst du? Spaß haben. Spaß haben. Aha. Hatten Sie das im Kopf? Ja. War das 99? Hätte das auch eindeutig portet. Wollen Sie singen? Ich habe auch einen schönen Birdie Fuchs Song. Was soll ich machen? Singen. Bei 70.000 wollen Sie mich... Äh, hallo? Sing doch nicht bei 70.000 Euro. Da spüren wir sofort weiter. Hier kommt die nächste Frage. Im Song, okay, vielleicht überlegen wir mal. Im Song. Braucht man nicht buhen. 2.000 Euro auf der Stufe ist 4. Da braucht man nicht zu buhen. Denn wir brauchen ohne zu gebraucht, braucht brauchen gar nicht zu gebrauchen. Nur kurz als... Kleiner, väterlicher Rat vom langweiligen. Wenn A blinkt. A. Du hast A genommen. Übrigens nicht, wenn man verliebt ist. Da sinkt der Testosteronspiegel der Männer. Warum? Biologisch angelegt, damit sich Frauen und Männer besser verstehen in der Zeit. Oha. Herr Klussmann, sollen wir noch eine kleine Diskussionskerze anzünden? Mach uns einen schönen Tee oder einen Ingmar. Damals auch im Kino geschaut. Haben Sie? Das passt, ja. Herr der Ringe ist Tolkien, ne? Richtig, in dem Fall Peter Jackson. Meine ich doch. Wir verstehen uns auch ohne viele Worte, Herr Klussmann. Manchmal, ja. Manchmal auch nicht. Hier kommt die nächste Frage. So, haben wir noch eine Chance hier. Ich versuche immer, in Jakobi kann ich immer ganz gut lesen, weil der ist immer persönlich beleidigt, wenn er falsch gemacht hat. Na, Gorsi, ich weiß nicht, aber bei Klussmann, der spielt ja manchmal auch so. Sind wir noch da, also ist Doris noch da mit 70.000. Wir brauchen jetzt Jura oder Wallis vom Jäger. Jura kriegen wir. Also kann ich doch lesen in ihm, weil ich mir irgendwie... Ich hatte ein Bauchgefühl, Bauchgefühl, Bauchgefühl. Mach bitte jetzt richtig. Ja. Ja, denk auch mal an mich hier. In welchem Musical wird eine Heiratsvermittlerin namens Dolly nicht nur gegrüßt, sondern auch geküsst? Hallo Kitty. Stopp die Uhr. Bitte. Was hast du genommen? B, Liebe. Was ist die richtige Antwort? Was war es? Nee. Noch egal. Religion ist das. Ist das nicht, wie hältst du es mit der Religion? Ach ja, fünf. Ich hatte Deutschleistungskurs, jetzt muss man gucken, sie nicht so. Erster Schritt, was sagt der Jäger? Gut so. Weiß ich nicht, aber passt ja schon zur Astrologie. Ist Ihnen schwindlig? Boah, der war stark. Von King, oder? Der war gut. Na gut. Ha, ha, ha. Kommt eine Erklärung oder nur Häme? Nö. Ich habe ja noch ein paar Stufen, die möchte ich jetzt... Er hat geraten. Also ich weiß ja auch... Nein, das habe ich schon... Er hat geraten. Nein, habe ich nicht, das habe ich gehört. Er hat geraten, hier kommt die nächste Frage. Sie schauen eher Big Bang Theory? Sehe ich das richtig? Oder... Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Sheldon Cooper T-Shirt. Also das ist dann schon doch eher der Flash. Es gab letztens tatsächlich eine Untersuchung. Und Sheldon Cooper trägt am häufigsten den Flash. Ja, das stimmt. Ihr sagt Bescheid, ne? Aber die Serienfrage ist ja jetzt schon draußen. Ja, vielleicht kommen wir noch mehr auf den 50-50. Ja, da müssen Sie aufhören, die ganze Zeit Ihnen hier voll zu labern, Herr Klussmann. Aber mit allem Respekt. So, vielleicht mit anderen Mitteln hier mal. In welchem Land wurde Lilo Pulver 1929 geboren? Deutschland? Falsch! Äh, stopp! Die Uhr meine ich. Ja. Ich dachte, vielleicht kriegen wir ihn wenigstens über die Minutengrenze, weißt du? Damit er nicht noch breitschulteriger rausmarschiert hier heute Abend. Sechs Sekunden haben Sie noch, Herr Klussmann. Also für die Minute. Oh, die ist ja toll. Welches girlsche Fußball-Liedur trug den Spitznamen The Nars? Ah, Hannes Löhr, B. Heinz Flohe oder C. Hennes Weisweiler? Keine Ahnung. Keine Ahnung, davon viel. Oh, Mensch. Da hat er spät gedrückt. Vielleicht hat er sich verdrückt. Was hast du gedrückt, Mädchen? Ich hab C gedrückt. Ich kenn den aber nicht. War falsch. Weißt nicht? Ich kenn da keinen von. Doch der Weisweiler ist vom Namen her begonnen. Da ist ja Hannes Löhr. Ach, der hatte Nars, der hat einen richtigen Riecher gehabt. Ja, gut. Die Verfolger. Ich würde sagen Verfolger. Nee. Also, ja, ja. Entschuldigung, ja, ja. War zuvor einig. Mach doch nichts. Mach doch nichts. Es ist ja egal, was er drückt, Hauptsache du bist richtig. Das kann dir egal sein. Also, du nimmst Verfolger, wie wir alle jetzt mitbekommen haben. Der Jäger wäre auch gut. Was ist die richtige Antwort? Gut. So, und ich brech die Sendung sofort ab, wenn er jetzt nicht C genommen hat. Was sagt der Jäger? So, Hand aufs Herz. Ich war mir nicht ganz sicher. Bin das. Ja, mein Jäger wird ja auch falsch sein. Bank, was könnte es denn sein? Say. Merger. Merger and. Acquisition. Merge and. Ach so. Also, könnte richtig sein, ja? Könnte sogar richtig sein. Oh. Ja, geht zu Comics, aber das habe ich auch gesehen. Ich glaube, es gibt sogar eine Gastrolle von Macho Man Randy Savage. Das muss ich als Wrestling-Fan jetzt mal sagen. Kennen Sie den noch? Natürlich, ich kenne ihn sogar noch, da kann ich einen draufsetzen, ich kannte ihn sogar als Macho King noch damals. Ja. Vor meiner Geburt. Ja. Er erinnert mich leider immer an meine Midlife-Prizes, weil da oben sitzt ja die Sehnsucht. Ich möchte sein wie Klusmann. Sind Sie noch drin? Darf ich ihm aber nicht so häufig sagen. Dumm geboren. Was hast du denn genommen, mein kleiner Freund? Also das Einzige, weil ich eigentlich, ah. Was die Eins? Ja. Oh, ist das schön, wenn ich eigentlich nicht. Das Einzige, was für mich jetzt logisch wäre. Ja. Sind das zu einfach, Herr Klusmann? Ja. Okay. Neun. Was sagt der Jäger, der es ja ach so einfach findet? Okay. Jetzt kann er die Lücke schließen, der Jäger. Tut er das? Ja, da ist er. Und jetzt haben wir eine Matchfrage. Sie waren drei hinten. Hätte ich nicht gedacht. Guck mal, seine Mimik gleich anders. Eben so, äh, ads rum und jetzt so, oh. Ja, guck mal, Grinsebacke da oben. Also, sie haben erkannt, wo Streisand herkommt oder zumindest die Antwortmöglichkeiten. Schon mal sehr, sehr gut. Danke. Ja, also es ist nicht Miley oder Angelina. Aber sie hat versucht, eben genau das zu machen, was dort stand. Etwas zu unterdrücken und dann haben alle darüber gesprochen. Barbara Streisand. In der Tat, ja? Ja. Okay, mir war es, also die Geschichte dahinter war mir nicht bekannt. Aber dafür haben wir ja Sie. Ich meine, wofür haben wir Sie sonst? Ehrlich gesagt. Hier kommt die nächste Frage. Da frage ich mich bei Ihnen auch. Ja. Vielen Dank.